Hallo und herzlich willkommen zurück meine lieben Freunde, willkommen zurück zum My Journey Karriere. Ja, wir sind ja bei Holstein Kehl angekommen, wir haben die ersten vier Saisonspiele schon hinter uns gebracht und es geht auch diese Woche direkt los mit dem DP Pokal gegen Karlsruhe. Da können wir eventuell was reißen. Karlsruhe ist nicht so viel stärker als wir und wir sind halt noch am gucken, ob wir einen neuen Keeper verflächen. Marvin Keller will nicht kommen, also der hat den Wechsel abgelehnt und jetzt müssen wir schauen, was wir dann noch auf der Liste haben. Ich meinte, einen Wellenreuther könnten wir holen, zwar 1,2 Millionen. Der wäre halt so ein realistischer Transfer und sonst hätten wir dann noch ein paar Spieler, die halt nicht kommen wollen, das ist das Ding. Und wir müssen einfach mal schauen. Oder wir gehen auf Erfahrung, nicht öffentlich. Okay. Da stand es direkt, ne? Hier. Neuner, Patricio. Steht nicht zum Verkauf. Kowiak, Baumann, die wollen alle gar nicht kommen. Stankovic. Gehen wir mit Stankovic. Ist momentan Vereinslof. Vereinslof. Lof, ja genau. Warte, warte, wir gucken uns den nochmal genau an den jungen Mann. Den 22-jährigen Serben. Spielerinformation. 22 Jahre alt, 1,87 Meter groß. Sieht eigentlich ganz solide aus. Gelassen hat Anpassung, Fähigkeit ist verletzungsanfällig. Ja, da können wir natürlich nicht drauf bauen, aber wir müssen schauen. Hat bei Inter Mailand gespielt. In Wollendam war er ein paar Jahre per Laie. Und jetzt war er bei Inter Mailand und hat da kein Spiel gemacht. Er hat in Wollendam in der Eredivise ein paar Spiele gemacht. Oh, da gucken wir uns mal die Historie an. Ja, ein Jahr Zweite Liga und dann in der Dritten Liga. Deswegen werden wir mit ihm reingehen. Der junge serbische Italiener. Wäre auf jeden Fall sehr interessant für unsere Mannschaft. Wir hätten aber auch noch... Oh, ja okay. Die Spieler, die ich mir sofort in den Kopf komme, ne? Wollen nicht. Oh, Junge. Das ist natürlich das Ding, ne? Das steht sofort immer, ne, 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 ne. Wir wollen nicht kommen. Also gehen wir mit Stankovic. Hat ein paar Jahre auf dem Buckel. Also Erfahrung. Nicht richtige Jahre auf dem Buckel. Ist halt noch 22 Jahre jung. Können wir noch drauf aufbauen. Wir gehen mal rein in die Verhandlung hier. Der wird, sagen wir mal, 4% kriegen Optionen für den Spieler. Ja, sagen wir 6%. Dann kriegen wir ihn wahrscheinlich eher für die 5 Jahre. Ich meine, wir sind... Er soll länger sein als wir. Und wir bieten ihm der 300.000. Angebot unterbreiten. Das müsste es dann gewesen sein. Ich würde aber auch gleichzeitig noch auf... Mir riech schon, nein. Ulreich Giekewitz gehen. Dass wir einen Backup-Keeper haben. Der mit seinem Psycho-Blick, Junge. Du wirst auf jeden Fall... Na, einige... Ich kann dir das nicht versprechen, dass du nur einige Male spielen willst. Dann gehen wir runter, dann gehen wir raus. Das kann ich dir nicht versprechen, tut mir leid. Was haben wir denn noch so? So, warte, gehen wir mal auf die Ältesten. Wirst du noch irgendwie... Tim Kruhl. Niederlande. Komm nach Norddeutschland. Du bist Ergänzungsspieler. Ja, du bist einfach nur ein Ergänzungsspieler jetzt für zwei Jahre mit 36. Komm, kriegst du 70.000. Und dann machst du Zeukowitsch ein bisschen den... Arsch unter... Feuer unter dem Arsch. So, Oberbeck wird dann wahrscheinlich wechseln, äh, in die zweite gehen. Genauso wie Sjöberg. Oder Oberbeck wird der dritte Keeper. Ja, müssen wir mal schauen, wie sich das hier alles entwickelt. Wir gehen jetzt erstmal weiter in die Woche. Sehen wir uns dann gleich beim Karlsruher SC, beim DFB-Pokalspiel. Oder wir schauen mal, wie es weitergeht generell. Vielleicht kriegen wir ja noch den ein oder anderen Schmacker. Wir können hier noch ein bisschen verschieben. Ich meine, 4,8 Millionen haben wir jetzt noch Transferbudget. Da kann ich nochmal locker eine Mio runter... Oh, da bin ich am verhandeln aktuell. Bevor ich jetzt hier irgendwas mache. Wir verhandeln momentan mit 3 Spielern. Okay, ich bin momentan mit niemandem am verhandeln. Dann gehen wir... Hier, Budgetänderung. Machen wir mal die 800.000 oder 1 Million runter. Und packen die auf Gehälter. Damit wir da noch ein bisschen Freiheiten haben. Welche Position hätten wir dann noch? Ich meine, rechts haben wir Via Real und Jimenez. Davon wird dann wahrscheinlich einer verliehen. Müssen wir mal gucken. Für links haben wir, ja, Lukuki. Der sieht natürlich sehr stabil aus. Und da kriegen wir vielleicht sogar noch was. Müssen wir gucken. Im Sturm haben wir Paris Brunner. Stürmertalent als Backup. Feater ab. Eigentlich ist Feater ab mein gesetzter Mann. Rechts haben wir Ragucci. Mittelfeld sind zentrales Mittelfeld. Sind wir auch sehr gut aufgestellt. Defensiv war ein Mittelfeldspieler. Sieht auch gar nicht so gut aus. Ich meine, Marvin Schulz ist stark. Wer kann da denn alles spielen? Ich muss mich erstmal hier wieder reinfinden. Also hätte ich gefühlt 100 Jahre nicht gespielt. Patrick Eras kann da spielen. Außer Endverteidiger, ne? Ja, der kann da spielen. Also zumindest das passen. Müsste die Mannschaft so passen. Ich will auch nicht zu viel Geld ausgeben. Ich meine, wenn ich natürlich hier noch den einen oder anderen Spieler kriege. Wo ich denke, okay, nice, da schlagen wir zu. Da haben wir hier Dejan Lovren, Junge. Aaron Ramsey, Marlon, Palois, Macedo. Es sind noch ein paar Spieler dabei, wo ich sagen könnte, okay, damit könnte man natürlich arbeiten, ne? Wir gehen aber erstmal hier jetzt rein und suchen nicht nur Torhüter, sondern alle. Ich will mal wissen, wen ich alles voll gescoutet habe. Die so mindestens 70 sind. Vielleicht sind da wirklich noch ein paar Spieler dabei, die uns weiterbringen könnten. So, und das sind gar nicht so viele. Wenn man sich das anschaut. Wir haben einmal Dominic Franke von Ingolstadt. Ramsey, Arauchio. Ist das der? Nein, das ist nicht der. Nee, das ist der nicht. Das ist einfach nur irgendein x-Beliebiger. Aber hier Dominic Franke könnte ich noch mit arbeiten, ne? Grundstärke 67 hat momentan eine sehr starke Form. Spielt bei Ingolstadt. Wäre vielleicht direkter Konkurrent. Ja, wäre direkter Konkurrent hier nicht schwächen würde. Dann hätten wir ja natürlich von M. Arauchio. Der könnte auch noch ziemlich nice sein. Aber für die Innenverteidigerposition sind wir so stark aufgestellt. Da brauchen wir eigentlich gar nicht drauf gehen. Ich kann Eras hier jetzt wieder reinsetzen. Wir haben da auch nicht wirklich was. Okay, wir haben ein paar junge Spieler. Ich habe nicht wirklich Bedarf, irgendwo was einzusetzen. Bis auf die Rechtsverteidigerposition eventuell. Nur das Wichtigste ist wirklich die Torhüterposition. Egal, gehen wir erstmal weiter und sehen uns gleich bei Karlsruhe. Wir haben einfach ein Angebot für die Nationalmannschaft von Lesotho gekriegt. Mannschaftsstärke 595. Längste Zeit ohne Gegentor. 250 Minuten, also Erstliga-Rekorde. Der teuerste Spielerverkauf ist Tabanglas. 45.000. Nationalmannschaft sieht gar nicht so gut aus. Wir haben, ja, das wäre eigentlich nicht wirklich das, was ich mir wünsche, sollen. Das wäre jetzt wirklich, das wäre natürlich jetzt perfekt für den Stream. Aber ich bin, ich überlege, ich glaube, wir gehen darauf. Das ist die erste Nationalmannschaft, die uns ein Angebot macht. Wir machen mal, versuchen ein bisschen Grundgehalt, ein bisschen zu erhöhen. So, 150.000. Unterschreiben wir einfach mal. 151.000 kriegen wir jetzt und sind wir jetzt der Nationaltrainer von Lesotho. Denn Joshua Mies geht, wechselt höchstwahrscheinlich nach Bochum. Da müssen wir dann nochmal gucken. Aber da kriege ich ja gleich wahrscheinlich guten Ersatz. Habe ich wahrscheinlich guten Ersatz gekriegt. Weil es sind ein paar Spieler gekommen vor dem Karlsruhe Spiel. Da gehen wir erstmal drauf ein. Wir gehen natürlich weiter. Kyle Wettin wechselt zu uns. Und Campbell. Ausbildungsentschädigung kriegen sie beide. 205.000 und 47.000. Joe Campbell. Der Junge rechts außen. Damit kann man natürlich arbeiten. Wir haben ihn hier jetzt. Ja, guck. Einfach die Grundstärke von 64. Ist da. Kann man hier erstmal willkommen heißen. Herzlich willkommen im Team. Ich hoffe, du bist hier 100% glücklich. Denn wo ist Mies? Mies ist da. Der wechselgleich. Ich packe ich Campbell direkt mal drauf. Wir hätten hier auch Spielergespräche. Herzlich willkommen im Team. Gucken wir uns auch nochmal kurz an. Grundstärke von 65. Sieht doch auch gar nicht so schlecht aus. Kann Fremsen eigentlich, wenn er in Form. Ja, ist er sogar in Form. Darf er direkt mitkommen. Haraguchi ist gar nicht in Form. Dann geht Mies erstmal doch mit. Im Sturm habe ich ja keinen Backup. Doch Weed hätte ich da. Müssen wir mal gucken, wie wir das hier machen. Weed würde wahrscheinlich dann auch aktuell spielen. Und Campbell steht auch von Anfang an auf dem Platz. Der soll ja links außen. Obwohl. Machen wir so. Und so. Würde ich sagen. Aktuell. Wir müssen erstmal gucken, wie es weiterläuft. Wir müssen erstmal schauen, wie es weiterläuft. Und Mies wird ja wahrscheinlich gleich unseren Verein verlassen. Mastoros hat abgelehnt. Das ist natürlich auch nicht schön. Und ja. Wir müssen halt gucken, wie es hier weitergeht mit den Torhütern. Wir kriegen aktuell keine Nachricht von den Keepern. Das heißt, wir gehen weiter mit den 52er Keeper rein. Ja. Zetschio Villarreal hat sich verletzt. Jimenez darf starten. Wir können noch einen anderen Endverteidiger. Luca Ulrich nehmen wir jetzt einfach mal mit Linksverteidiger. Damit wir einen Außenverteidiger dabei haben. So von den Außen her sieht es stabil aus. Ja. Jimenez ist natürlich nicht ganz so frisch. Eras, Becker, Lukuki. Sieht sehr gut aus. Wir haben Vierten. Den würde ich auch direkt mitnehmen für Makona hier. Darf er direkt sein Debüt geben. Genauso wie Campbell. Und wir gehen rein. Es ist ein Fibkalspiel gegen Karlsruhe. Ich bin echt gespannt, wie wir das hier reißen können. Ob wir eine gute Leistung bringen. Eine Runde weiterkommen. Es ist eine Möglichkeit natürlich gegen Karlsruhe eine Runde weiterzukommen. Aktuell sind sie in der zweiten Bundesliga auf dem 13. Tabellenplatz. Gondorf mit der frühen gelben Karte. Kaufmann mit der frühen gelben Karte. Also direkt die Mittelfeldspieler von den Karlsruher mit gelben Karten belastet. Defensiv sogar beide glaube ich. Kaufmann bin ich mir nicht sicher. Das könnte zentral oder offensiv sein. Gondorf müsste aber defensiver Mittelfeldspieler sein. Wenn ich mich nicht täusche. Es sieht aber aktuell stabil aus. Wir gehen mit den 0-0 in die Halbzeit. Das heißt wir haben hier in der zweiten Halbzeit wirklich alles was wir reißen können. Fünf Wechsel haben wir. Defensiv ist stabil. Gehen wir mal rein. Lasst uns genauso weitermachen. Dann fügt sich hier alles zusammen. Gleich kommt Paris Brunner. Für den links außen kommt Garcia. Und wir gehen in den Rückstand. Jonathan Borja mit dem 1-0. Voller geht durch Orsa. So. Und so. Einfach der dreifache Wechsel. Dann muss ich einmal Dings da bringen für die Defensive. Weil Eras wirklich am Arsch seiner Kräfte ist. Und wir kassieren das 2-0. Und damit ist unsere Pokalsaison vorbei. Außer von uns kommt jetzt wirklich noch was. Aber es sieht nicht danach aus, dass wir hier im Pokal noch eine weitere Runde überleben werden. Da ist die Schlussphase. Und da müsst ihr jetzt abpfeifen. Wir verlieren natürlich direkt das Pokalspiel gegen Karlsruhe. Bitter. Bitterer Start. Statistisch gesehen 3-6 Chance. Immer besser. Ben Kosti. Der gegnerische Keeper war natürlich der beste Spieler. Das sagt natürlich viel aus über unsere Partie. Aber ja. Und damit sind wir im letzten Wettbewerb, in dem wir momentan antreten. Und das ist die dritte Liga. Wir müssen gegen Mainz ran. Wir können ja nochmal gehen. Ich meine ja, Karaguchi ist natürlich wieder in der bestechten Form. Nehme ich mit. Der startet auch. Also was heißt bestechte Form ist in der guten Form. Paris Brunner geht rein. Fiete. Ah, wie sie es bei dir aus? Achter Form. Ja. Wir nehmen dich mal mit. Dann haben wir im Mittelfeld. Ja. Dann nehmen wir Mokena von Anfang an. Mies ist noch dabei. Aber Garcia muss eigentlich spielen. Und von der Form her sind sie eigentlich ziemlich gleich. Obwohl. Du bist eigentlich geplant als Linke. Eigentlich warst du geplant als Links. Oder wir machen das andersrum. Denn planen wir Haraguchi als Linksaußen. Mies dann so. Der geht ja sowieso gleich. Und dann sind wir eigentlich so. Ist das unsere Formation. Fiete ab. Da von Anfang an. Defensiv. Villarreal ist noch verletzt bis zum 25.8. Haben wir noch irgendwelche Hiobsbotschaften? Cool. Er lehnt den Wechsel ab. Natürlich. Perfekt. Wie sieht es mit den anderen Keeper aus? Behandlungsstatus. Bisher scheint alles möglich. Wird aber wahrscheinlich auch nichts. Wir müssen weiterschauen. Nach einem gescheiten Keeper. Ich bin echt am überlegen, ob wir nicht doch mit Wellenreuther gehen hier. Wiedertausch. Gibt es keinen, der mit uns, der zu uns gehen wollte. Vertrag läuft aus. Kann ich? Nein, der steht auf dem Verkauf. Der steht zum Verkauf. Das ist das Problem. Was haben wir sonst noch? Transfere. TV's. Was ist hier? Orsay Laws. Armani. Stankovic. Ja, Stankovic wäre natürlich die Möglichkeit überhaupt gewesen. Aber sonst ist ja auch nichts wirklich, wo ich jetzt sage, okay, cool, cool, da schlagen wir zu. Sonst noch Nevisits. Nevisits. Wie viele Spieler hat er gemacht? 141 Profi-Spiele bis jetzt. Dynamo Sakrab. Zwei Spiele diese Saison. Eine Million. Ist 1,95 Meter groß. Wir haben finanziell schwere Zeiten. Wir gehen mal rein mit 800.000. Wenn der andere nicht durchgehen sollte, versuchen wir ihn zu holen. Aber wir brauchen halt auch noch unseren Backup. Versuchen wir es mal hier mit Placide. Du wirst in der Regel spielen. Du bist Ergänzungsspieler. 70.000. Ihr Angebot. Versuchen wir einfach mal. Wir gehen aber jetzt rein in die Partie gegen Mainz. Mannschaft steht ja soweit. Ich hoffe, dass wir hier das Beste kriegen. Und danach gucken wir uns mal die Nationalmannschaft an. Kämpft um jeden Fall. Danach gucken wir uns mal die Nationalmannschaft an. So vor dem nächsten Spiel gucken wir uns die Nationalmannschaft an. Und hoffen einfach mal, dass wir eine halbwegs ordentliche Mannschaft haben. Und dann schauen wir auch mal direkt, wann wir die ersten Spiele als Nationaltrainer von Losoto haben. Keine Ahnung, wo diese Mannschaft herkommt. Aber ja. Unser Ziel ist es ja, möglichst viele Titel zu gewinnen. Deswegen maximal drei Jahre in einem Verein. Eigentlich wollte ich immer zwei Jahresverträge. Das habe ich jetzt auch schon wieder verkackt. Wir gehen wieder mit 0-0 in die Halbzeit. Es läuft einfach nicht gut für uns. Vita-A, Paris-Brunner kommt jetzt zweite Halbzeit direkt ran. Dann den Rest warten wir erst mal. Okay, okay, dann kann ich noch rausnehmen. Wir lassen die Jungen mal rein. Assistent übernimmt das hier. Los, jetzt zeigt es ihnen. Wir müssen gegen die Mainzer hier wieder punkten. Sonst wird es schwierig in dieser Saison. Ich meine, den Pokal bitter aus gegen Karlsruhe hätten wir was schaffen können, aber wir wollten nicht. So, Kempe geht runter. Da kommt Erfahrung für rein. Und auf der anderen Seite machen wir das genau umgekehrt. Aber von uns kommt einfach nicht. Lukas Ulrich kommt jetzt auch noch rein für die 1,5 da hinten. Das könnte natürlich jetzt unser Todesurteil sein. Aber ich hoffe einfach, dass von uns jetzt noch was kommt. Wir wollen auch nicht den hier verlieren, weil es unser einziger Linksverteidiger ist. Und Paris-Brunner. Vorlage Ancuri. 1-0 in der 87. Minute. So ein wichtiges Tor für uns. Sehr stark. Stark. Damit gewinnen wir das fünfte Spiel. Das vierte Spiel am fünften Spieltag. Statistik. Schauen wir uns an. 7 zu 2 Chancen. Wir wollten ihn einfach nicht reinmachen. Paris-Brunner macht sein Tor. Und wir sind Erster. Wir sind aktuell Erster. Können wir darauf bauen? Ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich sehr. Spieltagstatistik. Schauen wir uns mal an. Von uns ist hier niemand dabei. Spieltagstatist Justin Steinkötter. GG sagen wir dazu nur. Kurz und knapp. Wir haben vorübergehend erstmal einen Keeper. Der wird die Nummer 41 kriegen, weil er mal ein Backup-Keeper wird. Der kriegt nicht die Nummer 1. Wird auf der Website vorgestellt. Wir sagen einmal Hallo und herzlich willkommen. Und dann gehen wir direkt weiter in der Woche. Und hoffen einfach, dass die anderen Spieler noch kommen. Ob noch einer kommt. Und sonst sehen wir uns gleich bei Sandhausen. Wir sind angekommen beim Spiel gegen Sandhausen. Und wie gesagt, ich will erstmal vorher was machen. Wir gehen jetzt erstmal an unseren zweiten Keeper. Unser neuen zweiten Keeper. Der kommt jetzt von Anfang an rein. Weil er momentan der stärkste ist. Baikel hat sich hier verletzt. Wir nehmen Carrera mit. Und ja, wir haben hier einiges. Wir können einen der zwei Keeper erstmal zurückschicken. Und das ist Sirberg. In die Reserve verschicken. Dauerhaft. Dann haben wir hier noch. Wir müssen mal gucken generell, was wir hier alles haben. Wir haben Saka für rechtsaußen und Skripsky für das rechtsaußen. Und dann habe ich davon einen auf der Liste. Da wir Kempel und Garcia haben, kann einer Saka kann ich in die Reserve verschicken. Also Skripsky würde ich 145.000, 205.000. Dann haben wir Hankuri. 250.000. Die sind alle nichts wert, ne? Ich behalte die beide. Dann habe ich den Backup. Weil Skripsky kann, glaube ich, auch linksaußen spielen zum Teil, ne? Oder offensives Mittelfeld. Arslan kann zentrales Mittelfeld spielen. Zentral sind wir, glaube ich, ein bisschen zu groß aufgestellt. Obwohl, wir haben zwei Positionen, drei Positionen mit den defensiven. Und drei Ersatzspieler. Kann ich auch mitleben. Linksaußen, Mies. Ist er nicht. So gut es geht gleich bei Bochum. War da nicht was? Spiele ich den nicht. Okay. Guck mal, ob ich den nebenbei los werde. Ich habe da jetzt was, wo wir Transferstatus ändern. Zum Verkauf. Hier. Dann. Spieler anbieten. Spieleragenten beauftragen. Und weg damit. Ist natürlich bitter. Spieleragenten beauftragen. Aber, ja, Haruchi, Garcia, Hankuri, Paris-Brunner. Super Form. Darf jetzt starten. Aber, wie gesagt, ich will vorher, bevor wir ins letzte Spiel der heutigen Folge gehen, mal in die Nationalmannschaft gehen. Wir haben eine Nationalmannschaft übernommen. Die Nationalmannschaft von Lesotho. Und die Nationalmannschaft sieht nicht stark aus. Wir müssen gucken, was wir da holen. Vielleicht holen wir sogar einen oder anderen Spieler nach Kiel. Wäre auf jeden Fall cool. Einbürgerung gibt es nicht wirklich was. Und wir gucken uns jetzt mal die erste Mannschaft an. Die wäre eigentlich genauso aufgestellt wie Kiel. Kann ich? Ah, komm. Warte, welche Informationen habe ich bei Kiel? Da habe ich noch gar kein Eingespräch hat. Kira, nein, 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 nein. Komm, wir löschen das mal. Zwei ZM. Ein DM. Ich muss das mal alles sortieren. So, perfekt. Und die übernehmen wir dann auch bei diesem Verein. In der Hoffnung, dass die was wird. Und dann löschen wir erstmal. Dann gucken wir uns mal die Mannschaft an. Stellen sie ein. Wir haben natürlich mehr Tabisola Lichaba. Einen interessanten Spieler für die Torhüterposition. Dann links außen sind wir sehr alt. Da müssen wir wirklich drauf achten. In der Defensive sind wir auch sehr alt. Da sind aber die jüngeren talentierter. Also stärker von der Talente. Dann haben wir einen defensiven. Zentrales Mittelfeld. Sieht auch gar nicht so scheiße aus. Für deren Verhältnisse. Mir kann ich dazu nicht sagen. Links außen haben wir einen alten Spieler. Rechts außen haben. Wir haben nur alte Spieler. Wir haben ja wirklich nur alte Spieler. Kommt in der Jugend noch was nach? Oder wie muss ich das sehen? Wie muss ich das hier sehen? Linksverteidiger. Innenverteidiger. Rechtsverteidiger auf die Bank. Zentraler Mittelfeldspieler auf die Bank. Ein links außen auf die Bank. Ein rechts außen auf die Bank. Und natürlich den Ersatzstürmer auf die Bank. Und dann sieht die Mannschaft doch schon mal halbwegs ordentlich aus. Aber wir müssen wirklich gucken, ob wir hier nicht in der Jugend noch was kriegen. Spielerinfo. Spielst du aktuell in der Jugend? Kann ich dich nominieren? Nominierung. Kader nominieren. Spieler auswählen. Nein, nur vollgescoutete Spieler. Vergiss es. Wir brauchen hier bis 19, 20 Jahre jung. Bis zum 11 fällst du aus. Egal. Egal, 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 egal. Wir gehen hier weg, weg. Und du müsstest 19 sein. Ihr beide werdet auf jeden Fall schon mal hochgezogen. Dann haben wir gar nichts mehr großartig. Verband, Mitarbeiter, Scouts. Keine Aufgabe zugewiesen. Allgemeine Scouting. Lesser-Ton, Nationalität. Ne, eine Mannschaft beobachten. Permanent beobachten. Kann ich noch zu einer Mannschaften? Lesotho. Lesotho. Obesu. L, 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 L. Lesser-Ton. Kann ich dich so hochziehen? Komm, äh. Ja, komm. Jetzt glaube ich, das ist die Liga. Und dann du. Allgemeine Scouting. Nationalität. Lesotho. Permanent beobachten. Geschätzte Stärke. 50er mindestens brauchen wir ja aktuell, um uns zu verstärken. Kann ich die Länder auch alle nehmen? Ja, komm. Allgemeine Scouting. Lesotho. Mitarbeiter, Aufgaben übertragen. Das haben wir alles genommen. Er stellt Trainingsplan. Das macht der. Wechsel im Spiel aus. Nein, einsat, einsat, Tastik. Nein, das mache ich. Legt Trainingsziele fest. Gut, 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 gut. Und wie sehen jetzt die beiden Jungs aus, die ich hochgezogen habe? Die müssen erstmal fertig gescoutet werden, ne? Profolo und Falazzi. Mal sehen. Dann schauen wir uns mal den Kalender an. Unser nächstes Spiel haben wir sogar nächsten Monat. Termin für Freundschaftsspiel. Können wir eins anrichten. Und dann nehmen wir die Nationalmannschaft von Afghanistan. Heimspiel, ja. Sind wir Vertreter für irgendwas? Dann haben wir hier einen Termin für ein Freundschaftsspiel. Aber da haben wir zwei Spiele. Gegen Chart und gegen Chart. FIFA Weltmeisterschaft Gruppe. Qualifikationsrunde 1. Wir sind sogar in einem Wettbewerb vertreten. Da müssen wir mal hier. Ergebnisse im Spielplan. Afrika Cup. Haben wir alle verloren und kein Tor geschossen. Jetzt müssen wir gegen Chart. Und Chart ist von der Stärke her. Nationalmannschaft. Ja, ein bisschen besser vertreten als hier. Mal sehen, wie das hier läuft. Wir sind Nationaltrainer von diesem Verein. Bin ich gespannt. Bin ich wortwörtlich gespannt. Wir haben hier noch Nachrichten. Coverangebot für Mai, ja. Ablöse für ihn wurde akzeptiert. Wir verhandeln. Und jetzt gehen wir rein in die Partie gegen Sandhausen. Mit unserem ersten Ersatzkeeper. Aber der aktuell Stammkeeper ist, weil wir noch keinen besseren Keeper gekriegt haben. Und hoffentlich wird Placido einen guten Job hier machen. Brunner letztes Mal sein erstes Tor geschossen. Und er macht direkt weiter, wo er aufgehört hat. Zweites Tor. Sein erstes Tor in der Karriere hat er geschossen. Und jetzt macht er direkt sein zweites im zweiten Spiel. Infolge. Das ist natürlich ein sehr, sehr furioser Start, um hier den ersten Platz aufzubauen. Aber nein. Sandhausen hat was dagegen. Matthew gleicht aus in der 19. Minute. Wir führen ganze elf Minuten. Hoffentlich kann Brunner nochmal einen drauflegen. Aber nein. George Malloy meint, dass er hier die Führung für Sandhausen machen soll. Und es sieht nicht gerade gut aus jetzt für uns. Wir können gleich mal in der Halbzeit gucken, ob wir hier noch was drehen können. Vielleicht kommt Brunner nochmal zurück. Aber wir gehen mit dem Rückstand in die Halbzeit. So. Wir haben keinen Masseur. Da müssen wir auch nochmal schauen. Ich weiß, dass ihr das besser könnt. Zweite Halbzeit. So. Alle Spieler warm machen. Zweite Halbzeit beginnt. Können wir hier schnell den Ausgleichstreffer machen. Wäre auf jeden Fall sehr wichtig für uns Haraguchi. Und so sind wir dann nicht wirklich im Spiel. Wir bringen erstmal nur den Jungen rein. Für Rakitic bringen wir noch einen anderen Jungen rein. Und hoffen einfach, dass es was bringt. Dann Campbell geht runter. Da kommt wieder die Erfahrung. Paris Brunner ist auch nicht wirklich so dabei. Und ja, wir bringen Karriere rein. Für die Defensive. Und dann verletzt er sich nach meinem letzten Wechsel. Spielen wir mit einem Mann weniger. Und müssen mit einem Mann weniger hier noch den Ausgleichstreffer machen. Und wir kassieren das 3 zu 1. Und das war's. Wir verlieren das letzte Spiel in der heutigen Folge. Gegen Sandhausen. Und damit höchstwahrscheinlich auch unseren ersten Tabellenplatz. Aber es ist halt noch früh in der Saison. Sechster Spieltag ist es. 7 zu 6 Chancen war ausgeglichen. George Melloy. Der Junge ist rechts außen von Sandhausen. Hat das hier geregelt. Und wir sind direkt auf 6 zurückgefallen. Ja, bitter. Zwei Punkte aber nur hinter 1. Und in der nächsten Folge müssen wir gegen Hansa Rostock. Die um den Abstieg kämpfen. Okay, krass. Und Sabrücken. Der, die so eher Mittelfeld schielen aktuell. Dann noch gegen Kräuter führt. Die hinter uns sind. Abgestiegen. Und gegen NRG Cottbus. Das sind keine einfachen Gegner. Ich meine generell ist kein Gegner von denen einfach. Von uns ist hier niemand vertreten. Spieler des Tages ist Brian Hayne. Oh, wir hätten noch den... Gustav Abro. Mal scouten gleich. Auf jeden Fall sagen wir das von GG. Und wie gesagt, hier würde ich die heutige Folge beenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis zum nächsten Mal. Abo rein. Lasst ein Abo da. Und tschau. Ich weiß, dass sie wissen, ja, ich habe keine Zeit. Mache immer weiter, denn ich fühle diesen Vibe. Viele wollen connecten, weil sie wissen, wer ich bin. Aber ich hab kein Interesse, weil ich nicht weiß, wer sie sind. Aber lass...